so leute heute geht es los auf die techno klassiker nach essen und ich versuche mal ein paar bilder zu machen paar kleine clips zu machen und ihr könnt gerne dabei sein wenn ihr wollt naja zuerst dachte ich ist aber ganz schön sportlich für den parkplatz aber das ist ein außenparkplatz und gleichzeitig sind aber zwei buspassagen mit dabei das sind also zwei rund fünf sechs kilometer und dann ist das schon in ordnung und dann zahle ich auch zehn euro gerne ja da bleibt die frage ist es ein auto das ist ein motorrad oder ein trecker wer weiß das so genau so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.